Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un will das Atomwaffenarsenal des Landes exponentiell ausbauen. Das erklärte er in einer Rede zum Gründungstag Nordkoreas. Eine starke militärische Präsenz sei notwendig, um den verschiedenen Bedrohungen durch die USA und ihren Verbündeten zu begegnen. Nach Expertenschätzungen verfügt das Land bereits über 20 bis 50 nukleare Sprengköpfe. Die Ankündigung Kims dürfte die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel weiter verschärfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017